das ist echt cool grüner alter hat er mich komplett um ja rakete auch noch hier ich habe vergessen die steuerung ich wurde geschlagen sorry grüner das war war natürlich geplant ich will mich doch retten wie klettert schultertasten und dreieck lasst mich in ruhe ich fahr weg meine dose ich lieg schon wieder claudia er hat mir die dosen so gar nichts gebracht ich habe keine ahnung Lass ihn, lass ihn, wir holen. Geh weg. Rönt, Rakete. Rocket. Ey, Samar. Was hat denn hier für ein Rumgewirbel? Au. Hab ihn. Boah, nein. Ich bin einfach runtergefallen. Was ein dummes Game. Aber es macht so einen Spaß, ne? Crank. Oh nein, der Fisch. Aua. Ich bin ausgenockt. Der Fisch war meiner. Wow. Boah, Crank. Nein. Oh, Crank, das war fies von dir. Hall runter. Nein, nicht die Banane. Naja, ich glaube, das nimmt man Karma, ne? Oh, Töne. Alles für dich. Töne. Ich hab die Banane noch gar nicht verlebt. Geh weg. Aber die Bombe ist weitergerollt, leider. Das war's. Superman. Oh, das war knapp. Lass den Husky in Ruhe, der kann das nix mehr, ey. Hast du die Brille auf? Hätt ich ins Auge gegangen. Oh, Crank, ey. Alter. Nein. 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 Miss Apple Pie, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Willst du mitmachen? Oh, ne Frohes Neues erstmal, ne? Boah, nein, du mit deinem Nanschak, ey. Au. Crank. Lass mal los. Wieso hält er sich nicht fest? Warum haust du den Trank weg, Crank? Wieso hält er sich nicht fest? Was ist denn was? Voll aus dem Leben gebombt, ihr. Hilfe. Der dreht durch. Der dreht durch. Oh, ich bin von Bord gegangen. Ey. Riecht nett. Oh. Kämpfer. Es geht auch noch ins Rum, ey. Wilken. Sehr gut. Dann mach mal das Tutorial und dann rin mit dir. Oh, ich schlinge aber tief, Bruna, ey. Boah, das ist ein Affe. Karate-Sprung haut er mich aus. Ein Leben, ja. Au, what the? Was war das? What the? Ah! Wer ist da und der Ball? Was war das denn? Ah! Na, Chuck! Ist der schon auch Flüchte hier rum? Nein, lass mich! Boah! Ey, ich bin doch nur erspielbar hier, lass mich! Nein, du bist kein Spielball. Fischi! Boah! Nein, 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 nein! Oh! Hab mich! Was ist das? Wow! Gräuter! Oh, jetzt hab ich meinen Stopfen verloren. Boah! Fuck! Oh, schade, Miss Apple Pie. Aber beim nächsten Mal gerne, ne? Wenn du Bock hast. Julien, lass da auf! Fisch! Ich mag dich nicht mehr! Wir machen mal Beutel! Wolfi, hoch! Jetzt erhält er sich am Fisch fest! Juliet, was machst du denn da? Boah! Boah! Das war fies! Oh, Rattern! Ja! Oh, oh! Oh, oh, ist gut! Äh! Boah! Boah! Oh, nö, Kräne mehr! Oh, shit! Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch! Ha! Oh, ich hab dich verfehlt! Tschüss! Ich lebe noch, ich lebe noch! Okay, jetzt nicht mehr! Ah, viel Spaß hier, ne? Bis Apple Pie! Auch soweit gut, auch soweit, ne? Das war ganz angenehm, heute! Ach, ich hab noch ne Banane werfen, Mist! Oh, ich fand Battlefield vier besser, hell! Drei war auch geil! Also, nichts dagegen, ne? Aber, community-mäßig war vier beste, was ich gespielt hab! Wenn du? Ja! Mano, nein, ich ins Loch rein, boah! Ja, Entschuldigung, komm, mir ist sehr gut! Ey, genau in den Silo rein, ey! Ich hasse dieses U-Boot! Du kriegst einen Fisch ab, wo bist du? Warum fühl ich die Banane immer so komisch? Ja das ist doch nice, ein guter Preis, also die Sache fliegt nicht dahin, wo ich anvisiere. Aber gerade der Fisch ging Kilometer weit rüber. Du musst die Flugkurve berechnen. Wind berechnen, Flugkurve, genau. Das schon wieder! Da ne Bombe! Die Bombe wäre gut gewesen. Quack! Quack! Weg! Bleibst du hier! Quack! Quack! Komm her! Boah! Scheiße! Nein, nein, nein! Affe! Wow! Ehrlich, Kessling? Spiel stopp! Spiel stopp! Nein! Oh ne Schiffe, ne Schiffe! Nein, nein, nein! Oh! ins Kreuz! In's Kreuz! Nein nicht, drum wechseln er nicht! Schau mir das mal so ein bisschen an! Nein ich wollt gucken! Schaulustigen Leute Boah, alle weg Alle weg Das hat mir auch runtergefliegt Was ist das? Nein! So! Keine Leid, lass! Lass den Volt! Boah, alter Kickhook, ey Lass den Scheiß Ach nein, ich hab jetzt Ach Quatsch, hör auf Ich hab doch nicht die Waffe Lass die Waffe los Schuhen Der rastet aus Nein Oh, nein War er mit LC oder R? Ja, der hat die Scheiß-Waffe gegriffen Und dann hat er sich nicht festgehalten So, auf jeden Fall hält er sich fest Mann über Bord Wow Ein über Bord Ach komm Sterb ich noch Oh, was Nice, Kräuter Ich hab keine Zeit mehr was zu trinken einzufüllen, Mann Ja, bis gleich Wilken Aua Boah Ja, genau Der Fall katapultiert mich runter Oder Der Link Der Link Der Link Der Link stability bei Cordia jetzt stehe vom bumerang was du hast dich selber runter gehauen ich war am klettern das ist mir egal Ey, der lebt hier immer noch Nein Tschüss, Kreide Tschüss Nein, Tschüss Guck mal, der Krug, der schwimmt auch noch Natürlich Nein Nein Meiner, ist meiner Jawohl Die Sloth-Helmchen mit seinem Kick, ne Oh, in den Rücken, Greiner Ja, sorry Ey, Aua, Clown, ja Ey, knock Ich bin noch nicht mal aufgestanden, die knockt mich schon wieder aus Julian, lass es Lass den Husky Lass den Husky Geht alle weg Oh, oh Oh, oh, wir müssen weg Oh, oh, wir müssen weg Oh, der geht rein von mir aus, okay Ja, danke Oh, danke Oh, krass Den, den hab ich, den hab ich wieder festgehalten Oh, boah, Mann Du Affe Nein Dann reißt du mich in den Tod mit, ey Was passiert? Was geht? Hallo? Ich wollte da nicht rein Nein Ich bin schon reißen Schau reißen Nein Was ist denn alle? Nein Ah da, ist noch ein Julia Julian ist auch da und Julia Wir haben die mit Fisch Mof Ich kann dich gleich einladen, Wilken, nach der Runde. Müssen wir gleich nur aus der Runde rausgehen, dann war noch ein Mitspieler. Und Discord einfach in den Wartesaal, ne? Dann kann ich dich reinziehen. Das ist ein Pferd, das ist ein Pferd, das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ja, er hat die dicks. Den Pferd in der Gauze. Wombel. Das ist schon mies. Ihr seid nicht ge... Alter! Wer macht das? Ernsthaft. Ernsthaft. Alter. Claudia, nice! Ja! Boah, da rufen wir das mal. Au, die anderen sind nicht los! Da gehen wir uns schraus. Au! Pömpel ihm mal eine Runde weg. Dann hab ich den Ernsthaft direkt bei mir. Nein! Nein! Aua! Oh, wo kommt Julien denn her? Oh! Oh! Ich muss weg! Oh nein! Ich muss wirklich weg! Oh nein! Ich muss wirklich weg! Komm hier jetzt! Aua! Boah, du... Alter! Aus dem Leben befördert hier! Wack, du... Kletter! ...Midia-Modus! Nein! Ah, verdammt! Nein. Tschüss. Uiuiuiuiuiuiu! Wack auf! Hat sich der Grunk grade so gehalten, ey! Na! Scheiße! Hahaha! Ich will da nicht lang! Lachen Aua, Kräuler. Nein, nein. Oh, nein. Nein, der hat mich an der Kräule gefahren. Jo, noch mal ausgenockt, ey. Nein. Ich glaube, ich hätte das krank. Lass mich in Ruhe. Hört auf, wie ich mit Sachen... 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 Crank hat keine Nunchucks mehr. Oh, ey, Juli hat ihn voll weit weggeschubbt. Au. Ich habe keine Ausdauer mehr. Och, Mann. Ja, ich gewinne. Ja, ich gewinne. Oh, Mann. Was gibt es eigentlich in Zeitlimit? In einer Minute ist der Udo schon lange weg. Ja, Zeit im Haar so eingefügt, damit es nicht mehr so lange dauert. Ja. Nein. Jawoll, Juli. Jawoll, ich habe nicht sterben. Er hat wieder den Unsichtbarkeitszertrank, Mann. Christian, Claudia. Nein. Der Unsichtbarkeitszertrank. Hör mal, wir sind hier nicht bei Hogwarts Legacy. Das geht nicht. Mann. Da ist er. Oh, Welkin, haben wir uns überhaupt bei Steam drin? Jawoll. Nein, ja, ne? Mach auf, du Frau. Hey, das würde ich nehmen. Oh, du Affe, Mann. Hätt mal die Bombe für dich aufgespart. Ich komme noch dran. Nein, ich komme mir nicht mehr. Super. Ich nicht mehr. Ich ertrieb nicht. Ich auch. Also, Crunkry ist schon mal die Bombe. Warum ich? Nein, der Husky muss leben. Der Husky muss leben. Den Husky, den Husky. Das geht nicht. Oh, oh, oh. Steh auf, steh auf, steh auf. Er hat fast einen richtigen getroffen, Mann. Nein, nicht du. Geh weg, du scheiß Ente. Warte, Ente. Ich zieh die sofort. Wegen. Oh, nein. Alter, wer kann es dauern? Du, Digga. Nein. Nein, ich bin ganz vorbei. Hey. Alter. Das sah ja geil aus. Oh, knapp. Das wird knapp. Das ist knapp, wenn du weißt. Das ist die Frage, wenn euch mehr ausdauernd haben. Nein. 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 Doch. 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 Ich weiß ihn runter. Ich weiß ihn runter. Ich weiß ihn runter. Doch. Warum nicht. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ja, komm. Nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Du wolltest mich doch ganz lang! Ahhhh. Ahhhh. Das ist gut. Давай, Julian. Na, ja. Nehmt das Ding doch richtig in die Hand. Oh mein Gott. Hey, Claudia. Ciao dir! Ciao! Boah! Ich bin ganz weit raus! Hey, nicht da rein! Wie kannst du mich so vertreten? Die Leine! Halt dich doch fest! Nein, 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 nein! Ne, nicht beim Sinken. Schade. Na komm mal hoch! Wie? Nein! Holt wie nicht wieder! Nein! Boah, ich lieg noch! Geil! Jawoll, wie ist das? Nein, nein! Hat nur das Quark noch gehört. Alter, ich steck fest! Komm mal nicht raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Raus bitte! Der hat gesessen! Der hat gesessen! Der hat Fischwerfer! Danke, danke, danke! Das haben wir jetzt schon drei Runden gekostet! Nein! Schiebung! Alles Schiebung! Auf geht's! Weiter! Ich bleib einfach hier stehen! Wir treffen uns alle nicht! Das Schiebung! Die runde bitte! Ich